Die Schweiz, ein schönes Land mit viel Pioniergeist im Zentrum Europas. Die Alpen haben das Land und die Mentalität seiner Bevölkerung stark geprägt. Heute stehen die Berge für Schweizer Werte, deren Besteigung für Stärke, Leistung und Leidenschaft. Werte, die auch bei VZUG gelten und von den Mitarbeitenden gelebt werden. Von Menschen, die gemeinsam ihre hohen Ziele erreichen. Von Menschen, von denen jeder sein Bestes gibt und sich jeder hundertprozentig auf den anderen verlassen kann. Ein ausgeprägter Pioniergeist kombiniert mit weitsichtigem Handeln ist der Grundstein für das Erreichen des Gipfels. Mit diesen Eigenschaften und angetrieben durch die große Leidenschaft für innovative Lösungen, entdeckt VZUG neue Möglichkeiten, wo andere an ihre Grenzen stoßen. Nur so können Orte erreicht werden, die einem sonst verschlossen bleiben. Nur so kann man erfahren, wie weit man mit den eigenen Fähigkeiten kommen kann, um sich neue Horizonte zu erschließen. Die VZUG mit Sitz am schönen Zugersee befindet sich im Herzen der Schweiz. Seit der Gründung im Jahre 1913 ist das Unternehmen in Familienbesitz. Heute ist es mit über vier Millionen verkauften Geräten der führende Schweizer Hersteller von Küchen- und Waschraumgeräten. Modernste Arbeitsmethoden und 1300 motivierte Mitarbeitende sorgen für clevere Lösungen auf technologisch höchstem Niveau. Mit langfristig orientierten Investitionen und einer nachhaltigen Expansionsstrategie soll die Marke VZUG weltweit anspruchsvolle Menschen überzeugen und begeistern. VZUG forscht, entwickelt und produziert in der Schweiz und sorgt mit wegweisenden Innovationen für unerreichten Komfort. Dank der langjährigen Erfahrung und dem umfassenden Know-how schaffen wir es immer wieder Weltneuheiten zu entwickeln, die neue Standards im Markt setzen. Ständig sind wir bestrebt, unsere Geräte bedienerfreundlicher, leistungsstärker und umweltschonender zu machen. Wir sind uns der Wichtigkeit der Ressourcen bewusst, die Umwelt und Mitarbeiter zur Verfügung stellen und pflegen eine nachhaltige Unternehmenskultur. Das Verhalten unserer Mitarbeiter ist auf jeder Stufe geprägt von sportlichem Siegeswillen. Wir wollen gewinnen, statt nur mithalten und müssen dazu schneller, dynamischer und sorgfältiger sein als die Mitbewerber. Unsere Erfolge verdanken wir einer klaren Vision und gemeinsamen Werten. Unser Qualitätsbewusstsein beinhaltet alle Aspekte der Nachhaltigkeit. Deshalb tut V-Zug alles, um zuverlässige und langlebige Geräte anbieten zu können. Hochwertige Rohmaterialien, modernste Fertigungstechniken und strengste Kontrollen sorgen für Spitzenqualität. Dank eigenen Entwicklungs-, Produktions- und Marketingabteilungen können wir stets schnelle und flexible Lösungsfindungen gewährleisten. Denn gut ist uns einfach nicht gut genug. Wir lieben ein Total Quality Management System, prüfen jedes kleinste Detail und sind stets bestrebt, in allen Bereichen noch besser zu werden. Seit Jahrzehnten vertrauen unsere Kunden auf diese Premium Swiss Quality. Ein Gerät ist aber nur so gut wie der Service, den der Hersteller bieten kann. Bei V-Zug dürfen Sie auch in dieser Beziehung die Messlatte hoch ansetzen, denn der beste Service der Branche gehört zu unserem Anspruch. Darüber hinaus bieten unsere Online-Service-Leistungen wie die E-Learning-Plattform oder die Online-Beratung einen echten Mehrwert. Premium Haushaltsgeräte aus dem Hause V-Zug überzeugen aber nicht nur technisch und ökologisch. Sie sehen auch toll aus, was diverse renommierte internationale Design Awards eindrücklich bestätigen. Menschen, denen nur das Beste gut genug ist, kommen mit V-Zug in den Genuss von bestechender Eleganz und hoher Exklusivität. Dank der Nähe zum Markt gelingt es uns immer wieder, Trends früh aufzunehmen und Lösungen schnell umzusetzen. Um unsere führende Stellung zu festigen und auszubauen, lancieren wir regelmäßig Neuheiten, die sich durch Spitzentechnik und Top-Design auszeichnen und neue Maßstäbe setzen. Mit den Weltneuheiten Gourmetdämpfen, Garautomatik oder dem Zartgaren haben wir das Kochen revolutioniert. Und im Waschraum kombiniert die neue Gerätegeneration Schonung und Effizienz. Mit Offenheit, Zuverlässigkeit und Fairness gewinnen wir Vertrauen. Begleiten Sie uns an die Spitze und lassen Sie sich faszinieren. V-Zug bietet beste Perspektiven. Nur so entdecken Sie einzigartige Produkte der höchsten Güteklasse, die Funktion und Design auf beispielhafte Art verbinden. Premium Swiss Quality eben. V-Zug bietet zu werden. V-Zug bietet eine Musik. Untertitelung des ZDF, 2020